Geht's oder? Ich lebe einfach diesen Weg, den Marvin dahin gebaut hat. Jetzt brauchst du grad nicht weg. Ich mach dir einfach... Ich hab' dich, dir dich... EP 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 Lukas, Lukas, du... HA! Lukas! HA 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 Junge, Lukas, das war so knapp, ne? Das war so verpickend. Hat mich da nicht genug, Alter, hat mich da nicht genug. You can't take care about no more I've got so much left to say But I'll take no words and walk away So, diese Woche wurden wieder richtig nice Clips eingesendet. Ich finde es so nahm, wir müssen das Format auch aus den Schadlöchern raus und es werden immer nice Clips eingesendet. Ihr könnt natürlich auch für nächste Woche wieder die Clips einsenden. Dazu ist ein Google Docs Formular unten in der Beschreibung. Falls ihr diese Woche nicht rangekommen seid, dann könnt ihr das auch gerne wieder einschicken in euren Clip, denn ich werde mir diese ganzen Clips jede Woche immer wieder neu angucken. Das bedeutet, sobald diese Serie oder sobald die Folge rauskam, ist der Zähler quasi wieder auf Null und alle Clips, die einkommen, wenn es wieder 30 bis 40 Clips sind, die dann einkommen, dort werde ich mir dann jeden Clip nochmal neu angucken und die Chancen sind halt quasi wieder bei jedem auf Null. Ja, und noch einmal, die Reihenfolge, wie ich die Clips aneinander mache, hat überhaupt nichts mit der Stärke dieses Clips zu tun, sondern es ist halt einfach nur die Nummerierung dafür, dass man die halt bewerten kann, sage ich mal. Also das ist einfach nur Clip 1 und das ist jetzt nicht, dass Clip 1 der beste ist und Clip 5 der schlechteste, sondern dass es halt zufällig ist, wer wo ist und wer den Clip als erstes einschickt, ist meistens auch halt weiter oben. Also eher auf Platz Clip 1 und so, ne? Der erste Clip ist übrigens von Zvea, man soll ihn aber Saphir aussprechen, also der erste Clip ist von Saphir. Sie wollen kein Video von Vemmes mehr verpassen? Dann drücken Sie doch ganz einfach auf Abonnieren und machen die Mitteilungen an. Der zweite Clip ist von Lema T. und ich spreche jetzt lieber diesen Namen aus, anstatt den, den du reingeschickt hast, wie man dich nennen soll. Trotzdem seht ihr unten seinen Namen. Samy, guck mal jetzt meine Action hier. Wie viele sind da am Bett, Samy? Acht, zwei. Ah, optimale Voraussetzungen. Und der steht auf dem Bett, oder wie? Der steht links neben, von dir aus gesehen rechts neben dem Bett. Jetzt vorm Bett. Und das Bett ist von vorne one block. Baste ist es lief. Zwei gesblieft. Zwei gesblieft. Da ist mein Clip. Da ist mein Clip. Das ist sowas von mein Clip. Ja, das ist mein Clip. Das ist... Ich hab's aufgenommen. Ich hab's aufgenommen. Das ist mein Clip. Und der dritte Clip ist von Peter. Und der vierte Clip ist von Ene Mene Miste. Ja. Hallo Mama, Kamera. Ach wo? Leute, noch besser hackt. Ja, der hackt die ganze Zeit. Das ist mein Mal-Checker. Das ist mein Mal-Checker dazu. Ach so, du leid, der mit dir... Oh mein Gott. Den hast du aufgenommen? Ah, das hat sich überlegt. Nice. Der rechte hat, dass er aufgenommen hat. Er sagt, dass... Ne. War das nicht geplant, dass ich gestorben bin? Alles wird im Büro. Nein. Also, klären kann alle mit Nonico geelfen. Hast du auch schon. Der fünfte Clip ist von Batchi. Und der ist in einem FCW. Normalerweise will ich eigentlich keine FCW-Clips nehmen. Nur ist das ein Best-of-FCW. Deswegen nehm ich den Clip jetzt auch mal mit rein. Ja, du bist. Geil, 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 Geil. Rent, 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 rent. Windjahr, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Schön, schön. Du hättest mich mal Stärke trinken sollen. Ja, ich hab's trotzdem getrunken. Es ist so, du hättest mich lieber trinken sollen. Es kommt vielleicht noch mal einer. Es kommt vielleicht noch mal einer. Mach jetzt, hinten rauf. Denk an Baustellen nach. Ey, du klatschst, die beide sind zu zweit. Pass auf, ich würde es jetzt machen. Ich würde es jetzt machen, Batschi. Schön, jetzt rauf, rauf. einfach rauf, 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 rauf. Die Kopf, rauf, 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 rauf. Die Kopf, rauf, 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 rauf. Danke. 2, 2, 2, 2, 1 halb 2, 2. So, und jetzt kommen noch einmal vier Clips, die aber echt viel zu alt sind dafür, dass die jetzt hier noch ins Ranking von Platz 1 bis 5 reinkommen können. Ja, das sind halt so ein paar alte Clips von vor sechs Monaten, von vor neun Monaten teilweise auch. Aber das sind halt auch so kleine Legenden-Clips und so. 3, davon sind von Danio, was bei Danio besonders ist, dass bei allen 3 Clips er echt sehr sehr starke Gegner hatte, gegen die er diese Clips gemacht hat und ja, ein Clip ist noch von Loote mich. Hast du eine gute Picke? Oh mein Gott. Alter, kannst du nicht. Wir kriegen aber gleich vermutlich einen Daumen. Hast du gesehen? Ja. Hast du Stärke drin, Tom? Wir müssen jetzt einen töten. Schnell, hinter die Tom. Das Game is so lost. Ich stieg vielleicht. Einer unten, einer unten! Oh no, 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 no. Geht unten, geht unten durch! Geht alle down! Nice, Tom! Und hier? Achtung unten durchlaufen! Schwert, 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 schwert! Konstiko. Unten wird einer durchlaufen von denen. Trap dir einfach, kein Problem, Tom. Alles taktisch. Achtung rechts, Tom! Noch einer, noch einer. Jett nichts, jettet nichts. Wenn wir das verkacken, nehmen wir Bot an. Ja. Jetzt. Ein, 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 ein Du hast den, du hast den, du hast den Geh 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 gehn, du hast den, 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 du hast Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020